Es wurden jetzt verschiedene Beispiele aufgezeigt und diese möchte ich jetzt anhand von verschiedenen lokalen Gegebenheiten erläutern. Ich möchte beginnen mit den Prozessen der gravitativen Massenbewegung. Auf diesem Bild sehen Sie so eine gravitative Massenbewegung, die im oberen Bereich initiiert wurde und dann langsam hangabwärts geflossen ist. Diese kann unterschiedliche Größen haben. Auf diesem Bild erkennen Sie im Vordergrund einen großen Erdstrom. Rechts sehen Sie ein bisschen Wasser, was sich im Tal aufgestaut hat. Das heißt, hier hat sich ein See gebildet und da ist das Potenzial sehr groß, dass hier dieser See durchbricht und dann Überschwemmungen produziert. Diese Prozesse treten natürlich lokal auf, aber wie in diesem Bild sichtbar, gibt es Ereignisse, wo diese Prozesse auch zu Hunderten, zu Tausenden, teilweise auch zu Zehntausenden Objekten auftreten, in einem einzigen Ereignis. Das heißt, natürlich sind das lokale, individuelle gravitativen Massenbewegungen, die aber trotzdem einen großen Raum betreffen können. Und die Auswirkungen können natürlich immens sein. Das ist ja ein Beispiel auch aus Neuseeland, wo ein Murschub hier einen Kindergarten bedeckt hat. Sie erkennen, dass teilweise die Autodächer nur noch aus diesem Schotter herausschauen und die Schaukel in der Mitte nur noch aus dem Schotter herausschaut. Und dieser Schotter hat sich dann auch bis in die Straßen vorgezogen, hier in einer Motelleinheit. Aber natürlich können diese Betroffenheiten auch punktuell Straßen betreffen, wie hier. In diesem Beispiel sieht man sehr schön, wie so eine gravitative Massenbewegung die Straße verschüttet hat. Und selbstverständlich ist so ein Auftreten auch von uns als Gesellschaft abhängig. An diesem Beispiel sehr schön dargestellt, auf der linken Seite der Waldbestand, wo keine gravitativen Massenbewegungen aufgetreten sind. Auf der rechten Seite die entwaldete Region, wo dann entsprechend Farmland ist, wo tausende von gravitativen Massenbewegungen aufgetreten sind. Und das Auslösen der Ereignis war ja überall gleich. In diesem Beispiel möchte ich Ihnen ein kleines Video zeigen, wo Sie sehr schön diese Bewegung der gravitativen Massenbewegung erkennen können. Das ist vom Kollegen Dr. Sam McColl von der Messe University aus dem Seeland mir zur Verfügung gestellt worden. Das ist vom Kollegen Dr. Sam McColl von der Messe University aus dem Seeland. Das ist vom Kollegen Dr. Sam McColl von der Messe University aus dem Seeland. Das ist vom Kollegen Dr. Sam McColl von der Messe University aus dem Seeland. Und Sie sehen die braune Farbe des Wassers. Hier wird sehr viel Bodenmaterial abtransportiert und eben von den Hängen bis in die Vorflute, bis in die Flüsse transportiert. Aber einiges des Materials wird nicht in die Flüsse transportiert, sondern bleibt auch am Hangfuß liegen. Und das sehen Sie auf diesem Bild sehr schön hier mit diesen helleren Farben. Das ist aber auch ein flächenhaftes Problem bei Niederschlagsereignissen, besonders auch bei Starkregen, weil eben über diese Linienstrukturen flächenhaft aus den Gebieten Sedimente abgetragen werden. Und das führt entsprechend zu einer Verschlemmung, zu einer Veränderung der Oberflächen, die dauerhaft ist. Und das kann natürlich auch uns als Gesellschaft betreffen. Hier zum Beispiel eine Überdeckung von den Sedimenten eines Parkplatzes. Nicht spektakulär, aber passiert immer und immer wieder. Neben den gravitativen Massenbewegungen und der Bodenerosion sind natürlich auch Überschwemmungen essentiell für die Umweltveränderung. Hier sind große Flächen, die unter Wasser stehen. Hier auf diesem Beispiel ein Haus mit einem roten Dach umrandet von einer Baumgruppe, die eben bis in eine Höhe von anderthalb, zwei Metern komplett unter Wasser steht. Und das trifft natürlich überall auf der Welt auf. Solche Überschwemmungen, hier ein Beispiel aus Niederösterreich. Sie erkennen im Hintergrund auch mobile Schutzwände, die hier aufgebaut worden sind. Solche Überschwemmungen sind aber nicht nur auf die Tallagen konzentriert, sondern können genauso auch in den Küstenbereichen sein, wie hier zum Beispiel in Venedig 2019, wo ein extrem hoher Wasserstand ganz Venedig unter Wasser setzte und wo entsprechend dann die Höchstwerte erreicht worden sind. Ganz im Gegensatz dazu aber auch Trockenheit. Flüsse erfahren also nicht nur Überschwemmungen, sondern können auch Niedrigwasser bekommen, mit allen Konsequenzen, dass man in großen Flussläufen dann der Wasserstand nur noch ein halber Meter tief ist und man durch große Flussläufe gehen kann, weil einfach die Wassermenge so stark reduziert ist, wie man das an diesem Beispiel in Köln sehr schön sieht. Ein ganz anderer Bereich, wo sich der Klimawandel auch sehr stark auswirkt, sind Gletscher. Sie haben hier ein Gletschersystem im Zentrum und Sie haben entsprechend eine Sedimentzufuhr von den Seiten. Sie erkennen sehr gut in diesem Videoablauf, wie dieser System zusammenwirkt. Das gleiche Video ist jetzt noch einmal gezeigt, nur dieses Mal ist der Gletscher umrandet. Und achten Sie genau, wie dieses Eis hier zum Tal fließt, wie sich Spalten öffnen, wie sie sich schließen und wie sich auch im Zungenbereich kontinuierlich die Oberfläche verändert. Im dritten Durchgang dieses Videos achten Sie jetzt bitte auf den rechten Seitenhang, der auch umrandet ist. Schauen Sie, wie diese Massen sich bewegen, wie große Blöcke sich hangabwärts transportiert werden, wie aber auch flächenhaft Veränderungen stattfinden. Alles Prozesse, die kontinuierlich immer wieder stattfinden, die unsere Landschaften prägen, die aber sicherlich im Klimawandel verändert auftreten. Die große Schwierigkeit, die wir immer wieder haben, ist, dass wir häufig die Referenzperioden nicht haben. Also wir wissen nicht, was vor einem Klimawandel passiert ist, wie sich diese Systeme vor einem Klimawandel verhalten haben. So, jetzt haben wir uns die gravitativen Massenbewegungen angeschaut. Wir waren bei der Bodenerosion. Wir haben uns Überschwemmungen angeschaut, Gletscher. Und jetzt möchte ich noch ganz kurz zu den Bränden kommen, zu Waldbränden, die hier dargestellt sind in diesem Bild. Auch die sind natürlich auch ein Ausdruck von extremen Trockenheiten, dass sie häufiger auftreten, dass sie verstärkt auftreten und auch flächenhaft wirken. Fundamental in all diesen Beispielen ist jedoch, dass wir als Menschen auch in diese Natursysteme eingreifen. Und lassen Sie mich das an einzelnen Bildern nochmal deutlich machen. In diesem Beispiel, was Sie jetzt sehen, sehen Sie einen Hang, eine Hanglage in China, in Lös. Und Sie erkennen sehr deutlich auch die Terrassierung, also die komplette Modifikation dieses Hanges. Dieser Hang wird auch künstlich bewässert, um die Produktivität zu steigern in der Agrarwirtschaft. Und Sie erkennen auch sehr schön die Erosionsrinnen, die sich hier ausgebildet haben. Oder das andere Extrem, hier ein Beispiel aus der Steiermark, wo in einer Hanglage die Tiefenlinien einfach zugeschüttet worden sind, mit Baggern planiert wurde, flächenhafte Veränderungen durchgeführt worden sind. Oder an diesem dritten Beispiel, ein Auftreten einer gravitativen Massenbewegung. Die Person in dem orangenen Hemd steht auf dem Kopf einer solchen gravitativen Massenbewegung. Und Sie erkennen vor dieser Person ein Rohr, was aus dem Untergrund kommt, eine Drainage. Das heißt also, solche Lokalitäten von gravitativen Massenbewegungen sind häufig gekoppelt an solche Drainagen. Es ist also kein natürliches System mehr. Es ist sogenannt quasi natürlich. Und in diesem Spannungsfeld bewegen wir uns von den gravitativen Massenbewegungen über die Bodenerosion, über Flusssysteme, über Waldbrände, über die Grätscher und die Wirkungen und die Wechselwirkungen zwischen der Gesellschaft und der Natur. Und hier kommt eben der Klimawandel noch mit hinein und hat eine ganz große Bedeutung. Und hier kommt eben der Klimawandel noch mit einer Gätscher und der Klimawandel noch mit einer Gätscher und der Klimawandel noch mit einer Gätscher.